Ah, Gomu, 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 Gallygrü und willkommen zurück zu Paper Mario, die Legende vom Jehonen-Tor auf 1 Nintendo. Und heute werden wir Madame Fleury oder Madame Erona helfen, denn sie hat ein Problem. Was für ein Problem es ist, wie wir es lösen können. Das und vieles mehr in diesem Video. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, um auch Madame Erona zu helfen. Eins Like gleich eins Beistand. Vielen Dank für Support. Dankeschön. Abonniert gerne rein für mehr und aktiviert die Abo-Klingel. Und nun, sind sie zu Hause, Madame Erona? Hallo? Hallo? Jemand da? Verschwindet. Niemand betritt diesen Raum. Äh, es war doch jemand zu Hause. Madame Erona, sind sie da drin? Moment mal, das hört sich ja an wie... Das ist doch Bubulio, oder? Ach du Scheiße, dass ich dich mal wieder sehe. Kann ich irgendwas für dich tun, meine Maus? Ähm, also, da wäre tatsächlich etwas, wobei sie uns helfen können. Wir kommen nicht in den großen Baum hinein. Der Eingang ist versperrt. Deshalb kann ich nicht zu meinen Freunden und Mario findet sein Sternjuwel nicht. Ob sie uns wohl helfen könnten, den geheimen Eingang zu finden? Äh, tatsächlich? Deshalb seid ihr gerade hergekommen extra für mich? Ich würde euch ja wirklich gerne helfen, mein Kleiner. Aber wisst ihr, ich stecke in einem fürchterlichen Dilemma. Auf keinen Fall werde ich dieses Zimmer verlassen. Was fehlt Ihnen denn? Ohne mein kostbares Collier verlasse ich niemals das Haus. Und ich fürchte, ich habe es irgendwo draußen verloren. Ohne dieses Collier würde ich mich niemals vor die Tür wagen. Meine Schönheit bleibt unvollkommen, wenn ich es nicht trage. Das scheint ja ein ganz kostbares Stück zu sein. Ein Collier? Also, irgendwo war doch gerade die Rede von einem Collier, oder nicht? Aha! Wisst ihr wirklich etwas über mein Collier? Ich flehe euch an. Sucht es für mich. Bringt es zurück. Wenn ihr das tut, bin ich mit Freude bereit, euch zu helfen. Keine Sorge, Madame Errona. Mario macht das mit links. Oder, Mario? Na dann, lasst uns sofort losgehen und das Collier suchen. Oh, danke. Es gibt also doch noch galante Männer. Galante Männers. Und sie hat sowas von recht. Sie hat sowas von recht. Das hat diesen Text von Madame Errona. Das wurde wahrscheinlich geschrieben von einer Feministin, die bei Nintendo arbeitet. Was ja based ist, ne? Das kann doch nicht wahrsteigen, Brunnhilder. Erst beschuldigst du mich und dann hast du die Zeichnung doch noch selbst. Ach, sei doch still und mach nicht aus jener Mücke einen Elefanten. Schauen wir uns lieber die Zeichnung an. Die N64 Paper Mario. Verdammt, das war doch der Kerl mit dem Schnauzer von vorhin. Ähm, das wollte ich doch. Das ist doch jedenfalls Barbara. Und das ist alles deine Schuld. Und dafür selbst wirst du doch büßen. Wie bitte? Du hast doch... Schweig, keine Widerrede mehr. Du, du bist... Eigentlich wollte ich den aus Collier zurückgeben. Aber so nicht. Äh, 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 äh. Und jetzt lasst euch gefälligst was einfallen, wie wir diesen verdammten Mario finden. Ähm, also... Wo könnten sie nur sein? Wir können das Gebiet gerade noch so gedanklich rekonstruieren, wo sich diese Bubinen alle befinden, oder? Let's go. Müssen wir heilen? Nein, wir können sofort rein. Warum frage ich das? Äh, was? Ja, es wird wild, ne? Es wird maximal wild. Und ich glaube sogar, dass ich die Extra-EP hier auch nicht ganz liegen lassen kann. I'm sorry, die muss ich mitnehmen. Oh ja, und das hat wieder mal absolut fantastisch geschmeckt. Sieben EP. Ich glaube, wir hätten vor dem Level-Up noch zwölf bekommen. Ich glaube, die halbieren sich immer so ein bisschen, die Erfahrungspunkte. Die scalen ja immer so ein bisschen runter, right? Junge. Wieder neun EP, was? Ich glaube, das waren drei dieser Stachelgegner einfach. Drei. Und geben neun. Das ist fast ein Zehntel von der EP-Anzeige. Wow. Du kannst hier so gut farmen. Ich überlege einfach, weiterhin hier Erfahrungspunkte mitzunehmen. Also, allein schon aufgrund der Tatsache, dass wir eh zurück müssen zu Madame Flurry, wodurch die ganzen Gegner hier eh wieder respawnen. Ich glaube, das macht verdammt viel Sinn. Ich glaube, das macht sehr viel Sinn. Und das wäre das. Zwölf. Bruder. Ich glaube, ich bin sogar noch unterlevelt hier reingekommen. Kann das sein? Ich glaube, ich bin tatsächlich unterlevelt. Das ist ja freaking wild. Ähm, ja, wir verwenden ihn, aber es hat... It's no use, aber wir nutzen ihn trotzdem. Nein! Okay, das war ein kleiner Kampf. Aber auch hier immerhin... Wir sind jetzt bei 42, der Zahl des Lebens. Anyone? Wer fühlt... Ah, verdammt! Ich habe den gar nicht gesehen. Vor allem... Achtet mal kurz. Das ist ganz wichtig jetzt. 42 ZuschauerInnen. 42 EP. Das ist wild, man. Zahl des Lebens. Sie ist überall. Sie ist einfach überall. Also das nächste Level-Up, das ist nur noch eine Frage der Zeit. Also das sieht jetzt erstmal noch nach viel aus. Wir haben zwar jetzt knapp über die Hälfte. Das ist schon viel. Aber... werden sehen. Wir werden sehen. Ah, das ist doch... Auf der Zeichnung sah er so intelligent aus mit seinem Schnauzer. Und dann läuft uns dieser arme Trottel direkt in die Arme. Hier da. Hier da. Ihr hattet doch vorhin dieses Collier. Wie bitte? Äh, wer ist hier wem in die Arme gelaufen? Was sagt ihr da? Ja. Ja. Ich habe nichts gegen euch persönlich. Versteht das nicht falsch. Aber... Dass ihr hinter den Sternenjuwelen her seid, gefällt mir überhaupt gar nicht. Daher muss ich euch leider aus dem Weg räumen und mit dieser Karte mir schnappen. Ey, Sir. Wie kommt es, dass ihr über die Karte und die Sternenjuwelen Bescheid wisst? Ihr werdet doch nicht etwa die Prinzessin... Wer seid ihr überhaupt? Nun, wenn ihr den unbedingt wissen wollt... Man kennt uns als... Schatten. Ladies. Schatten, Ladies. Aberra, du dummes Stück. Was schwaffelst du da? Schattentrio. Hallo, Trio. Ladies, das klingt doch lächerlich. Wie oft soll ich dir das noch sagen? Verzeih mir, Brunnhilder. Da hast du mir so rausgerutscht. Wie wir einfach Spirit Animal rausgerutschen oder nicht? Dafür bekommst du noch eine angemessene Bestrafung. Brunnhilder. Aber zuerst müssen wir diesen Mario erledigen. Also auf ihn. Roberta, Barbara. An diesem Tag und die Begegnung mit dem Schattentrio soll er noch lange denken. Ja, ja. Na gut. Und wie wir das einfach nur... Einfache Ladies. Die kommt einfach... Die nimmt einfach weg. Pech für dich, uns als Gegner zu haben. Roberta, Barbara. Zeigen wir ihm, was ein Sakel ist. Bin bereit. Verstanden, Brunnhilder. Ich bin immer noch abgefuckt, dass die mich die ganze Zeit hops nimmt. Äh... Scheiße. Ich habe die Blumenpunkte nicht aufgebessert. Ach, fuck. Ja, das ist ein Problem. Das ist ein kleines Problem. Wir machen das schon, I guess. Wir machen das schon. Mit dem geheiligten Maxi-Beben. Vielleicht auch perfekt. Wenn Spiel gönnt. Ich kann an der Stelle nicht sagen, ob es einfacher gemacht ist, als im Gamecube-Teil. Aber das Prinzip ist das gleiche. Im richtigen Timing A drücken. Ja! Du Sau! Und nun... Sechs Schaden. Grüße gehen raus. So tut doch jemand was! Und sie ist direkt gestorben. Die alte Trans-Feindin. Die ist einfach so der Meinung, ne? Diese kleine Flatterfotze ist der Meinung. Ja, also... Ladies, das ist mir so ein bisschen zu feminin... Das ist mir so ein bisschen zu feminin, zu Morg. Brunnhilder, vergeht mir! Und auch Vivian ist leider gestorben. F und Ripp in die Comments. An unsere Schwästine. Sie ist leider gefallen. Ja, aber ich glaube... Barbara? Ne, Brunnhilder? Ne, wie heißt die nochmal? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht mehr. Sie ist definitiv Roberta. Natürlich. Sie ist die Stärkste aus dem Team. Sie ist die Tankigste. Ich meine, das macht Sinn. Aber... Auch hier Feierabend. Speedrun einfach. Wie lange waren wir im Kampf? Drei Minuten oder so? Und wir haben nicht mal Blumenpunkte gebraucht. Das ist unglaublich. Es ist unglaublich. Wie viele P waren das jetzt? War das 30? Wir haben dich wohl doch etwas unterschätzt. Ja, ja. Und was euch angeht, Roberta, Barbara... Wir hätten ihn geschlagen, wenn ihr bei Blindgänger euch angeschränkt hättet. Macht euch auf eine zukünftige Abreitung gefasst. Alle beide. Aber das Collier... Das Collier... Scheiß auf das Collier... Maximal unterhaltsam. Aber wir reden ja von Paper Mario. Das ist ja... Da müssen wir nicht drüber diskutieren. Eigentlich. Also... Ja, es gibt natürlich Übersetzungen hier und da, ne? Aber manchmal... Manchmal hittet die Deutsche aber auch schon wieder rein. Muss ich sagen. Mein Gott, der ist schon wieder gespawnt. Er macht unser Level-Up auch wirklich möglich, dieser Gegner. Oh mein Gott, was passiert jetzt? Merle ist da. Zauber reduziert Schaden um drei. Ja, das macht viel Sinn, wenn wir sowieso hinten stehen. Merle. Also bitte geht's... Also... Ich hätte jetzt ehrlich gesagt erwartet... Dass sie uns einen EP-Boost reinknallt, diese Sau. Hat sie nicht getan. Macht sie normalerweise. Hat sie aber nicht getan. F. So aber nun. Wir brauchen keine verdoppelten EP. Es wäre zwar schön. 18 EP wären super stark gewesen. Da hätte ich mich null drüber beschwert. Aber... Naja. Merle halt. Es ist... Vor allem... Das Ding bei ihr ist ja auch... Es ist halt absolut random. Was sie dir... Wann und wo... Zu welcher Gelegenheit an Effekte reindroppt. Das ist ja so Zufall bei ihr. Und... Falls ihr euch fragt, wie ich den Kampf so gemeistert habe. Ich habe nur den Panzerstoß gemacht, weil ich keine Blumenpunkte habe. Und ich viel zu geizig bin, die Items zu benutzen. Verdammte Scheiße. Okay. 7 EP haben wir. Ein Gegner kommt ja noch. Der ist ja... Äh... Im nächsten Screen. Östlich von hier. Und... Das wird maximal ehrenlos. Wir werden einfach... Ich glaube, in diesem Part ein zweites Level-Up bekommen haben. Oder hatten wir das Level-Up im letzten? Ja, wir hatten es im letzten. Ich erinnere mich. Wegen dem Blumen-Orden, den wir bekommen haben. Den wir gefunden haben. An einer verdammt geheime Location an der Stelle. Okay. Den letzten Angriff nochmal mit einem Konter getroffen. So langsam kriege ich das mit dem Kontern hin. Ich habe es bei den Steingegnern sehr gut hinbekommen. Bei den Wolken sieht es auch sehr gut aus. Also. Nächstes Level-Up. Wo gehen wir jetzt rein? KP vielleicht, dass wir schon mal auf 20 sind. Und... Ah, könnte eine gute Idee sein. Wir gehen auf die OP. Denn die OP sind ein bisschen... Yeah. Lass uns mal schauen, was wir noch so tragen können. Weil ich glaube doch... Ich glaube, es macht super Sinn. Es macht super viel Sinn, dass wir uns nochmal für die Orden entschieden haben. Weil... Wir haben den Power-Doubts nicht angelegt. Und der Power-Doubts ist einer der... Es ist übertrieben, wenn ich sage, einer der mächtigsten Angriffe von Mario im Spiel. Weil es ist ein Unendlichkeitssprung im Endeffekt. Du kannst so oft treffen, wie der Gegner KP hat. Und wenn der Gegner 80 KP hat und du triffst 80 Mal im richtigen Timing den Knopf und das Timing, um auf den Gegner drauf zu springen und du... Dir misslingt kein einziges Timing und du hast dafür 3 BP auszugeben für 80 KP Schaden. Bruder, das ist wild. Schafft das natürlich erstmal das Timing. Es ist halt sehr schwer. Aber... Es ist schon... Schon sehr geil. Oh je! Wo ist nur mein Collier? Werde ich es jemals wiedersehen? There you go. Oh, ihr habt mein Collier wirklich gefunden. Ich kann euch gar nicht sagen, wie glücklich ich bin. Ja, Vivian hat es geklaut. Das ist wieder mal klar. Aber es ist mir zu peinlich, euch ohne dieses Collier unter die Augen zu treten. Bitte legt das Collier vor die Tür und wartet einen Moment. Sieht auch ein bisschen aus, als könnten das so aneinandergesteckte Mandarinen sein. Oder bist du ja wieder mein teuerstes, schönstes, liebstes Collier? Oha. Was ist jetzt los? Äh! Party! Darauf war ich nicht vorbereitet. Darf ich zum Tanz einladen, verehrte Damen? Oh, und du musst Mario sein. Der Retter meines Colliers. Ach, was für ein verwegener Held. Wie kann ich dir nur jemals danken? Lass mich dich in meine Arme schließen. Und dies sei das Zeichen meiner unendlichen Dankbarkeit. Oh, Junge. She's smooching over there. Oh, er geniert sich. Wie süß. Er wurde bisher im Spiel von drei Frauen belästigt, auf jeden Fall. Das ist schon wild, Mann. Aber gut, ich glaube, Mario muss sich ja wohl weniger Sorgen machen, dass er vergewühltigt wird, als wenn es umgekehrt passiert wäre, right? Da wären wir bei einem Punkt. Du sagtest doch etwas von den Sternenjuwelen, nach denen du suchst, Mario. Sind das etwa die gleichen, von denen in der Rohlinger Legende die Rede ist? Nach schillendern Juwelen zu suchen, welch verlockendes Abenteuer. Oh, wie könnte ich einer solchen Verlockung widerstehen? Und nicht zuletzt, dieser betörende Schnauze hat mir völlig den Kopf verdreht. Ich bitte dich, Mario. Nimm mich mit auf dein Abenteuer. Herr Rola gehört zum Team. Und sie hat folgende Fähigkeiten. Ja, sie kann mit X durch die Winde wehen. Man kann X gedrückt halten, um das Papier, welches wir hier und da mal im Abenteuer gesehen haben, wegzupusten. Na klar. Es ist quasi wie das Märchen mit den drei kleinen Schweinchens. Treffen ihre Winde Gegner, so kann das natürlich schwindelig werden, hier und da mal. Und du musst X gedrückt halten, damit dem Gegner schwindelig wird. Ey, und das wusste ich nicht. Das habe ich jetzt so oft gesch... Also, so oft replayed. Ich habe das jetzt erst so manifestiert wahrscheinlich. Das kriege ich hin. Das nächste Mal einen Gegner zu verwirren, indem wir ihn anpusten. Nice. Oh ja, und sie kann mit ihrem Buddy angreifen. Na klar. Voller Körpereinsatz. Aber, Mario, du bist ja ein echter Herzensbrecher. Madame Erona ist sonst nicht so leicht zu beeindrucken. Was für ein Glück, dass sie mit uns kommt. Also auf zum großen Baum. Mit Eronas Hilfe werden wir den geheimen Eingang mit Leichtigkeit finden. Oh ja, das sei gesagt. Und, ähm, bevor ich es vergesse. Wir haben hier noch einen Eidem zu holen. Der Superstar Pi-Orden. Mehr Sternenergie nach Schaueinlage eines Partners. Warum nicht bei die Mairon? Oh. F geht in jedem Falle raus. Und jetzt können wir dann noch eigentlich zum Baum endlich gehen. Das hat sich gezogen, oder? Ihr geht in den Wald. Ihr lernt die drei Ladies kennen. Die drei Schatten-Ladies. Dann geht's zum Baum. Und dort angekommen heißt es, na, du kannst hier nicht rein. Du musst erst noch den geheimen Eingang freischalten. Und dann, nachdem er freigeschaltet worden ist. Beziehungsweise, ja gut, wir mussten dafür jetzt halt nichts anderes tun, als mal dann Flurry zu befreunden, right? Also, ähm, das war halt alles eine zeitliche Geschichte, oder? Es ist halt wirklich, es hat sich so hart gezogen. Geht nur mir das so? Also, ich möchte mich nicht beschweren. Aber ich habe das Gefühl, dass man sich hier so ein bisschen dem Streckmittel bedient hat. So ein bisschen Content-Strecken und so weiter, ne? Weil, why not? So. Weil ich, ich sag mal so, oh Gott, Waste. Ich sag mal so viel, allzu groß war dieses Gebiet jetzt nicht. Es hat sich halt eher so gezogen durch gewisse Rätsel. Und dass viele hin und her laufen. Wie gesagt, du läufst erst mal zum Baum. Dann läufst du, ja, höchstwahrscheinlich. Ich, also in meinem Falle, ich laufe, ich, äh, bin auch im englischen Walkthrough. Erst mal zu Madame Flurry gelaufen. Anstelle sofort zum Baum zu gehen. Das hätte Zeit erspart. Ähm. Aber so konnte ich die Gegend schon mal vorher clearn. Ich glaube, darauf kommt es auch manchmal an. Exploration und so. Das hat bei mir halt Vorrang. Ich will halt nicht in ein neues Gebiet reingehen. Sondern ich will in die Gebiete, die halt schon zur Verfügung stehen. Gott, war das ein Waste, Mann. Oh Gott. Ich raste aus. Ich weiß, es bringt gar nichts. Aber ich hoffe auf Konter. Nummer eins. Nummer zwei. Stark. 5 EP immer. Äh, 6. 6 EP sind es. Vorm Level ab waren es, meines Wissens nach, glaube ich, sogar 9. Ein wahriges Upgrade, meine Freunde, meine Freunde. Oh, jo, was? Rohlingen heute. Nee, Alter. Halbe Bibel, ganzer Huhnsohn. Äh, äh, äh. Der Sohn eines Huhns. Oh ja. Oh ja. Also wirklich. Es sind... Zwei Parts gewesen, die uns von diesem Moment getrennt haben in das verdammte... Naja. In den Baum zu gehen. Yo, noch ein Battlemaster Toad. Grüße. Wo wir jetzt an diesem Ort wären. An besagtem Ort. Guck mal, wie die Kamera da sogar hingeht. Das macht es so ultra offensichtlich. Wo der Eingang ist. Und es steht da sogar auf Deutsch. Ich weiß nicht, ob das im Original auch so war. Ich hab das deutsche Original nicht gespielt, aber... Da steht einfach Eingang. Diese Bubus sind wirklich bezaubernde kleine Dingers. Mario, wusstest du eigentlich, dass ich noch bis vor kurzem ein großer Boodenstar war? Mein Name, Madame Erona, war überall bekannt. Aber die Verruchtheit hinter den Kulissen. Naja, das ist wohl die raue Realität. Oh ja. Oh ja. Sie spricht hier einen so krassen Punkt an. Game of Thrones, ne? Game of Thrones. Der jedenfalls hatte ich es zu hat. Und deshalb hab ich mich in den Wald zurückgezogen. Aber diese kleinen Bubus mit ihren unverschelt, unverfälschten, reinen Herzen. Sie erinnerten mich daran, wie rein und unverfälscht mein eigenes Herz einmal war. Und plötzlich erkannte ich, dass die Bühne mein Leben ist. Und dass ich meinem reinen Herzen zurück ins Rampenlicht muss. Auch wenn es voller Bitches ist, das Business. Oh ja. Und für diese Erkenntnis bin ich den Bubus dankbar. Klar. Von innen ließ sich die Tür ganz leicht öffnen. Komm schnell. Junge, jetzt gendern die sogar noch die Tür. Junge, ich raste aus, Alter. Innen, Tür, innen. Junge, ich raste. Mein Anti-Wocus-Gehirn kann das nicht mehr ertragen. Drei Videos erstmal dagegen machen. Jetzt ist Nintendo zu weit gegangen. Das sind die maximalen Kicks. Und das ist der große Baum. Oh, komisch. Sonst sind sie immer alle hier. Hallo, Bubuma. Hallo, wo seid ihr? Hallo. Ey, hallo. Ein Schwein. Ah gut, das sind zwei. Oh, yeah. Wer seid ihr? Bi, 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 bi. Diese Geräusche, ich liebe es. Ist das nicht dieser Mario? Wirklich? Na, dann klopfen wir ihn uns vor. Bi, 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 bi. Halbe Pikmin-Game. Oder nee, Animal Crossing. So. Denk doch mal nach, Trottel. Wenn wir ihn fertig machen, streichen wir Ruhm ein. Ah, auf ihn. Junge, hört auf zu reden. Kämpft einfach, Mann. Ach, Junge. Ich glaube, das Spiel hätte sich die Hälfte der Dialogzeilen ersparen können. Spielstreckung. Nein, wir haben Madame Flurry draußen. Oh, die macht ja gar keinen Schaden. Wobei, das ist jetzt auch eine Beleidigung. Sie ist eine begnadete Kämpferin. Achten Sie. Verdammt, wo ist der stylischer Moment? Ich finde ihn einfach nicht. Scheiße. Drei Schaden ist schon viel. Aber der Konzer hat geschmeckt, Bruder. Ja. Ja. Das war Nummer 1. Und nicht Nummer 2. Ach du Scheiße. Kurz verzogen. Ich habe gekontert. Come on, Mann. Wann soll ich denn sonst rücken, du Bass? Gott, sind diese Gegner nervig. Ach du Scheiße. Eine skandalöse Niederlage, aber das nächste Mal kriegen wir dich. Und jetzt sollten wir Obers Kruzellus ungehend informieren. Nee. Wie du die fertig gemacht hast, Mario. Unvergleichlich. Aber wir wissen immer noch nicht, wo die anderen alle sind. Und vielleicht sind sie ja noch gar nicht hier oder gar nicht mehr hier. Wieso mal alles in der Welt versteckst du dich denn da? Komm raus. Ich habe den starken Verbündeten mitgebracht. Oh, ist der riesig. Dieser wärtige Riese wird uns bestimmt alle auffressen. Oh, du? Sind da noch mehr von uns? Guck mal. Die Grundangst von denen. Warum die davon ausgehen, dass die aufgefressen werden, ist doch, weil so Basskinder wie Mario nicht vegan leben, oder? Ist das nicht der Grund? Die hätten noch viel weniger Angst davor, gefressen zu werden, wenn viel mehr Menschen vegan leben würden. Oder viel mehr Marios da draußen. Ihr gettet den Punkt. Also, wer darf ich vorstellen? Mario. Halt. Woher sollen wir wissen, ob er wirklich unser Verbündeter ist? Vielleicht ist er ein Spion, den diese Typen geschickt haben. Junge, halbe Klaus-Kinski-Reaktion. Klaus-Kinski-Reaktion. Was redest du da, Bubulas? Mario gehört doch nicht zu denen. Er will uns helfen. Wir alle zusammen können diesen Typen verjagen. Und dann würde dieser schöne große Baum endlich wieder uns gehören. Hör dich doch an, Bubelio. Du spielst dich ja auf, wie der große Anführer haben in Akkois. Ich klatsch dich. Du hast doch keine Ahnung, was hier passiert ist, Mann. Er hat die kompletten Kicks. Aber auch verständlich, ne? Er ist sauer. Wieso seid ihr eigentlich nur so wenige? Wo sind denn die anderen? Die sind doch gefangen genommen worden, du Vollidiot. Von denen! Sie haben alle... Auch Bubuma und... Ah, deine Schwester. Verdammte Scheiße. Was, Bubulia? Das kann doch nicht wahrstehen. Oh doch. Die haben sie alle geklaut. Nur weil wir ihnen nichts über diese verdammten Scheiß-Juwelen gesagt haben. Hätten wir es mal gesagt. Keine Ahnung, wovon die geredet haben. Oh, Bubulia. Wir müssen ihnen helfen. Wir alle zusammen. Was soll das? Wir haben doch eh keine Chance. Daran wird doch dieses wärtige Original hier. Dieses Wesen da nichts ändern. Der wird uns doch eh auffressen, sobald wir ihm den Rücken zudrehen. Wir alle zusammen könnten jeden schlagen. Ganz egal wen. Deshalb bitte ich euch. Wir müssen zusammenhalten. Zusammenhalten am Arsch. Soll es dieser Bärzige Wicht doch mal zeigen, was er kann? Also, wenn du und dieser Schnauzer-Typ es schafft, die anderen zu befreien, dann bin ich auch bereit, euch zu helfen. Wenn nicht, dann könnt ihr mich mal am Arsch lecken. Oder Mario? Es wird dazu kommen. Was? Das Arschlecken? Oder das Helfen? Ich bin verwirrt. Anyway. Boah, ich würde sagen, XXL-Part heute mal wieder erreicht. Aber wir müssen es ja auch manchmal nach vorne pressen. Nach vorne klatschen, das Spiel. Denn das Spiel, es ist halt nun mal leider lang. Was soll ich euch sagen? Daher, bis zum nächsten Mal. Ihr haben sie sich wohl. Tschöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Vielen Dank.